Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ghost Exile. Joa, jetzt warte mal hier, kontrollieren. Wir haben das Buch auf jeden Fall dabei und die Ritual-Utensilien. Hä, warum war das vorher nicht dabei? Das weiß ich nicht. Fehler wahrscheinlich wieder. Ja, das kann sein. Bezeuge ein paranormales Phänomen. Erkenne die Bewegung des Geistes mit einem Bewegungsmelder. Zeichne ein Siegel der Aktivität im Lieblingsraum des Geistes. Bezeuge eine Fußspur in einer Schicht Salz. So, ich hoffe, wir sind beide heute salzig unterwegs. Haben wir Salz, ja. Ja. Du hast ja dieses geile Wand-Thermometer, ne? Hm. Pass auf, dann nehme ich nämlich keinen Thermometer mit, dann nehme ich eine UV-Lampe mit. Wo ist der Strom? Oh, hier geht es schon ab, ey. Erstmal brauchen wir sowieso die Sicherung. Strom habe ich gefunden. Jetzt hast du das Sicher-Brett. Oh, joi, joi, joi. Ey, wo ist denn hier was an? Im Raum neben mir auf jeden Fall. So. Hier sind zwei Feuerzeuge. Der Code für ein Safe. Hier hängen Klamotten im Schrank. Okay, hier sind überall... Ich habe jetzt schon zwei von den Scherben gefunden. Hm. Aber noch keine Sicherung. Aufstehen hier hinten am Raum Tisch. Ich habe einen Kühlschrank, den ich wieder nicht öffnen kann. Das ist eine gute Voraussetzung. Ja, hier fliegt doch schon wieder eine Vase in der Luft. Ich glaube, das wird hier wieder nichts. Ja, die fliegt nicht in der Luft. Die haben sie an der Wand festgeklebt, ja? Ja, sicherlich. Es geht darum, die Vase soll der Blickfang sein. Hier, Shampoo auch. Ja, ja, Vase und Shampoo, das soll der Blickfang des Raumes sein an Dekorationen. Na denn. Und deswegen hat man die an eine Wand geklebt, damit das Auge dorthin fällt, ne? Ich habe eine Sicherung. Ja. Soll ich erst mal... Ich mache erst mal Strom an, dann suchen wir den Ausweis, ne? Ja, machen wir bitte. Warte, warte, warte. Diese Lichtschalter sind ja auch bescheuert hier, ey. Vorher nur mal was gucken. Äh, wir haben Handabdruck. Echt? Ja. So, nur V-Lampe holt. Wo war denn jetzt da? Okay, so. Sicherungskasten ist heile. Strom ist an, Heizung ist an. Jetzt. Okay. Aber Ausweis sieht schlecht aus. Oh, diese Lichtschalter, wo sind die hier, ey? Hier nicht, da nicht. Hast du ein Lichtschalter? Ja. So. Weiß ich nicht. Das ist ja ein Ding, ey. Ja, richtige Wucht hier. Okay, ich gehe mal oben gucken. Hast du in der Garage schon alles nachgeguckt? Ne, bestimmt nicht. Äh, Strom ist aus. Äh, ich geh schon. Bin ja grad von da gekommen. Ich hab den Ausweis. Wieso bleibt denn das Licht immer aus? Warum muss man denn jedes Mal die Lichtschalter wieder neu anmachen? Ist doch scheiße. Der Name und Vorname sind deutlich geschrieben. Vermutlich war das der Name des Geistes während seiner Lebenszeit. Sieht so aus, als war sein Name Joshua Jones. By the way, ist 38 Jahre alt. So, Joshua Jones, ach du, ja. Nebenan, äh, nebenan ist wohl sein Lieblingsraum. Hier war der Hunter. Ja, EMS 4. Ja. Oh, ey. Ach so. Beide wollen das Licht anmachen. Oh, Telefon. Geh mal rennen. Alter, geht der ab. Wo ist er denn jetzt? Nebenan, der Raum. Äh, 4. Was blinken hier noch? Hier ist noch eine Sicherung. Ja, die brauchen wir nicht. Okay, nur EMS 4. Bist du hier? Kannst du mit mir sprechen? Wie war sein Name nochmal? Joshua Jones. Joshua Jones. Wie alt bist du? Kannst du mit mir sprechen? In welchem Raum bist du? Bist du hier? Kannst du mit mir sprechen? So. War sein Name nochmal? Oh, er hat Licht angemacht. Fingerabdrücke haben wir schon. Die brauchen wir nicht mehr suchen. Was war das? Ich hab meinen Monitor angespuckt. Hast du das gerade gemacht, das Geräusch? Ja, er ist auf mich zugekrabbelt. Bist du das gewesen? Wo bist du? Rede mit mir. Eben war er unten an der Haustür. Lass mit mir sprechen. Lass mit mir sprechen. Bist du unten. Ja, Geister, Dingsbums. Was? Diktiergerät oder Box? Ja, Diktiergerät. Diktiergerät. Lass mit mir sprechen. Was hat denn der gesagt? Hast du das gerade gemacht, das Geräusch? Bist du das gewesen? Was sagt der? Was sagt der? Köfte? Köfte, du besorgst Köfte, ey. So, Köfte. Hm. War das eben Gefrier? Nee. Das war dein Licht. Das war lediglich dein Licht. Okay. Du bist mein Sonnenschein bei Nacht. IMF ist es nicht. Glaube ich nicht. Wo ist denn jetzt mein Zelt da? Du bist mein Sonnenschein bei Nacht, Jasmin. So, wir haben Diktiergerät. Äh, Geisterbuch könnte ich noch reinholen. Bezeuge, ein paranormales hatten wir. Hast abgehakt. So, wir haben auch noch einen Bewegungssensor. Also, wir könnten zwei Räume abdecken, auch von den Kameras. Ich weiß, deswegen habe ich immer alles mitgekauft, weil dann könnten wir, wenn mal oben und unten, wie vorhin. Ja, wenn man sich unsicher ist, ne, welcher Raum ist es. Du musst einfach beide ausstatten. Ja. Was habe ich ja vorhin gemacht? Ich dachte gerade, der ist mir hinterhergelaufen. Wieso piept das? Wenn er das, äh, äh, macht, dann ist das, äh, Minustemperatur. Ja, eben waren es nur 9,6. Joshua, schreib ins Buch. Hat das aber nicht gepiept. Ich habe alles krünge hier. Doch, witzigerweise schon. Deswegen habe ich ja geguckt. Joshua, schreib ins Buch. Ich bin nicht in der Lage, über eine Vase hinweg zu steigen. Was, schon wieder? Ja. Äh, dein komischer Pieper piept. Du bist komisch. Äh, das Reacherbrett, hattest du das gefunden? Äh, war das in der Runde jetzt schon? Ja, ja, das ist, wenn du reinkommst, gleich links. Der Raum. Ich reinkomme gleich links. Und dann rechts. Ja. Frag mal, wo der ist. Wo bist du? Äh. Der hat, der hat Fuck You geschrieben. Er hat legit zu mir Fuck You geschrieben. Was ist das für ein Wichser? Ah. Ich weiß noch nicht, was er zu mir gesagt hat, ey. Sein Ernst? Vielleicht hat er zu dir auch Fuck You gesagt. Na, Friesa, warte. Äh, Herzrasen? Ja, ich sehe ihn. Warte, ich mache Foto. Sexy. Nein! Ich habe die Gardine fotografiert. So ein Mistkerl. Warte mal, ich höre mir das nochmal an von dem Diktiergerät. Irgendwas anderes. Wo bist du? Er bleibt knallhart bei seiner Meinung, dass ich mich mal ficken kann. Du warst ein Scheißkerl. Geil, Alter. Sagt er dir nicht, wo der ist, oder was? Fuck You war alles, was er zu mir gesagt hat. Was ein gottloser Bastard. Frag ihn mal, warum er so, äh, aggro ist. Ja. Warum bist du so ein Arsch? Oh, oh, oh. Ey, Joshua. Fuck You too. Frag ihn mal, warum er so gemein ist. Warum bist du so gemein zu mir? Äh. Wir können doch Freunde sein. Deine Sinities sind bei 54 schon. Ja. Ja, das kommt vom Weecher-Brett benutzen. Ja. Wo bist du? Bist du doof oder was? Schreibt er das wieder? Nein, 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 nein. Er antwortet mir gar nicht mehr. Ignorant, Alter. Äh, du bist bei 38. Und die Linie wird höher. Soll ich mal ein paar Pillen fressen? Ich würd's machen, weil sonst bist du nämlich gleich dead. Äh, aber Bewegungsmelder hat er erkannt. Jetzt ist die Frage oben oder unten? Äh, hier oben war nix. Denn unten wahrscheinlich. Also können wir das schon mal als Beweis eingeben, ne? Äh, ne, also die Quest ist abgestrichen. Ja, also ist er durch den Beweg... Ja, aber hä, ist das da nicht... Ne, der hat aber nicht rot geleuchtet. Ach so, aber hier oben war auch nix. Grün. Ist doch grün. Ne, ich mein, hier oben ist nix angegangen. Ähm, also haben wir bis dato nur Reaktion, Diktiergerät. Ich dachte, du wärst drin, weil da grad was geleuchtet hat an der Wand hinten. Und Fingerabdrücke. Er ist schon wieder ein neuer Geist. Siehste, sag ich doch, der macht da irgendwas. Ihr habt nämlich irgendwas flackern sehen. Wie viel Cent hab ich? 62. Ah, komm, ich nehm noch einmal Pillen. Irgendwo steht der bestimmt. Äh, Geisterbox brauchen wir noch, ne? Hab ich doch grad in der Hand. Ach so. Machst du die Geisterbox. Der steht hier bestimmt irgendwo. Geh erstmal mit Kreuz rein. Äh, und wo war das jetzt? Äh? Hier ist irgendwo ne Tür, Jan. Ey, ich weiß. Eben war das beim Reacherbrett alles. Ja, eben ist hier ne Tür, aber hier liegt auch alles um. Äh, äh, welcher Bewegungsänder ist denn das jetzt? Äh, das war ich. Das war ich. Ah. Ich würd das Buch gern unten einmal hinschmeißen. Weil hier hat er ja nicht reingeschrieben. Kannst du mit mir reden? Schreib ins Buch. Ich nehm mein Kreuz. Wo bist denn du? Äh, unten. Da, wo er mich, äh, bedroht hat. Ja, da war ich ja auch bei, ne? Jaffel, ey. Wo denn? Na, wenn du reinkommst, gleich links beim Reacherbrett. Ach so. Da, wo er obzöhn wurde. Schreib ins Buch. Ja, schreib ins Buch. Nur wenn's dir nix ausmacht. Kannst du mit mir über die Box sprechen? Bist du hier? Ich lass die Box auch mal liegen. Oh, jetzt ist der Strom wieder ganz aus. Was haben wir jetzt noch nicht drin? Ach so, wolltest du jetzt unten denn auch die Kamera hinlegen, oder? Ähm. Äh, er wird wild. Ne, ich hab ne Kamera, eine hab ich hier. Ja, das war jetzt meine... Kannst du mir antworten? Möchtest du unten ne Kamera aufstellen? Ich bin noch dabei. Also ja! Ja, immer noch. Ich bin noch dabei. Wie genau willst du's noch haben? Du hast gesagt, ich hab eine oben und eine hab ich hier. Und ich frag dich, ob du unten ne Kamera aufstellen willst. Dann sagt man doch einfach, ja, will ich. Ich dachte, das war selbsterklärend. Ne, man kann ja auch nur sagen, ja, hab ich vor. Ach, das wär viel zu umständlich. Das wär viel zu einfach, Alter. Bis ich die ganzen Wörter rausgekriegt hab. Oh Gott, da ist ja, da ist ja... Gleich kehrt er dich für dein dummes Verhalten. Aber wieso? Ist das denn jetzt so gemein zu mir? Ich schmeiß mal ein bisschen Salz in die Wunde, ne? Bleh. Ja. Also Orb seh ich hier oben nicht. So, einmal hier. Ach so, das ist der Bewegungsmelder, was da so hell ist an der Wand hinten oder was dann? Oder was leuchtet da manchmal so hell? Hä? Die ist umgekickt. Guck mal. Wer? Wo soll ich denn gucken? Na, im Salz. Die Dose bewegt sich. Die ist weggeräumt in den Salz rein, ins Salz rein. Ach, der piept jedes Mal, dieser Wandsensor, wenn der sich aktualisiert. Der muss ja vielleicht mit nach unten nehmen, dann ist keine Gefriertemperatur rum. Aber unten war es ja bis jetzt auch noch nicht. Aber ich kann den mitnehmen, ja klar. Wenn du es in den Griffst. Ja, der war unten gerade aktiv. Er ist in der Küche. Küche. Und der Strom ist wieder aus. Joshua, du bist ein Arsch. Wo ist der? In dem Raum, oder was? Nö, ich mach dir jetzt mal eine Küche hier, dein Thermometer. 8,2 Grad. Wo bist du? Kannst du uns ein Zeichen geben, wo du bist? Du hast auch immer, wenn du im Wagen bist, auf Orbs geachtet oder dunst, ne? Ja, ist nix. Wo bist du? Fußabdruck. Ja, mach ich gleich ein Foto. Wo hast du denn... Welche Tür war denn das jetzt? Äh... Das weiß ich leider nicht. In Gefriertemperatur... Hier in der Küche, alle Wand. 9,8 Grad. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Danke. Irgendwas fliegt hier schon wieder. Das ist unten. Ja, aber wo? Hä, ich seh den nicht mal. Könnte das der Raum gewesen sein, wo er mir begegnet ist? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nix gesehen, ey. Und nicht mal, wo da irgendwas geflogen ist. Joshua, schreib ins Buch. Hm. 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 Also, durchs Salz ist er... Ja. Ist auch abgehakt. Hä? Weiß nicht, wo die Tür eben war? Ja, das weiß ich auch nicht, weil irgendwie bewegt die sich nicht, ne? Nicht so wie bei Phasmo. Schreib ins Buch. Doch, manchmal schon. Aber manchmal ist er auch nur so ein bisschen an der Klinke. Dann guckt die nur einmal die Tür. Aha. Kannst du mit mir reden? Antworte mir. Wo bist du? Keine Ahnung, wo der ist. Antworte, Joshua. Der hat einen Schrank, hat der angegrabbelt. Schrank? Antworte mir. Bist du hier? Keine Antwort. Okay, warte, 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 warte. Ja, wir warten. Kannst du mit mir reden? Wo bist du jetzt? Äh, warte, warte, hier fliegt doch schon wieder was. Wo denn? Äh, über diesem Raum muss das gewesen sein, glaube ich. Kannst du mit mir reden? Antworte. Soll ich mal das Feature-Brett fragen? Wo er ist? Ja. Ja, verlierst du voll viel Cent, ne? Okay. Wir müssen ja auch noch den Exorzismus durchführen. Kannst du mit mir reden? Bist du hier? Wo bist du? Antworte. Haben wir wie viel Beweise? Einer fehlt uns noch, ne? Genau, einer fehlt, ja. Joshua, antworte mir. Also Fingerabdrücke hast du gesagt? Genau. Fingerabdrücke und, äh, Diktiergerät, ne? Kannst du mit mir reden? Aber sonst, was könnte das noch sehen, so? Das Buch ist es nicht. Ja, das ist sehr toll, ey. Mann. Alter Verwalter. Gute Feststellung, oder? Ach so, hier oben hast du weggeräumt. Packst du jetzt das nach unten, oder? Ja, der Bewegungsmelder ist es auch nicht. Und hier habe ich nicht mal einen Fußabdruck in dem Zimmer. Äh. Äh, ich hab, äh, 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 er hantetet. Und ich hab ihn grad gesehen in der Stube, da wo du alles aufgebaut hast. Ja, fick dich doch. Der kommt zu mir. Mein Kreuz ist verbrannt. Er wollte hier noch Stube. Vielleicht haben wir ja Glück und wir sehen gleich, ey, wie er vielleicht durch das Ding durchläuft. Ja, bestimmt hast du Glück. Äh, die Tür ist zu. Er ist wieder durchs Salz. Also ist er in diesem Raum. Also Orb sehe ich jetzt nicht. Wieso ich? Wir können, wir können Glück haben. Ich hab kein Kreuz mehr. Ich würde den Exorzismus, würde ich noch machen, aber ich würde jetzt nicht reingehen, äh, zum Beweise sammeln. Ja, ich guck jetzt auch nur, ob er da durchläuft. Kann ich denn dein Kreuz haben? Dann geh ich nochmal rein. Ja, warte doch, vielleicht läuft er durch. Da. Danke. Dann baue ich nämlich nochmal unten auf. Was willst du denn jetzt hier noch aufbauen eigentlich? Eine Kamera und, äh. Lag doch hier. Der war doch in dem Raum. Wo willst du denn jetzt hin? Hier, in der Stube. Aber der kam doch von da eben. Da war doch gerade sein Schatten in der Stube. Ja, genau. Da, wo die Kamera eben lag. Das ist doch nicht die Stube. Da war er aber gerade. Ja gut, das ist schon eine Stube, ne? Ja, von da kam er doch. Er stand da an der Ecke. Okay. Da war sein Schatten eben, als er, bevor er gehuntet hat. Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Ich hole die Kamera von oben runter. Oben brauchen wir nicht, oder? Hm, nee. Oben ist immer noch keine... Aktivität, keine Orbs, nix. Oh, dunkel. Ja. Sehe ich jetzt nix. Also, der war unten in der Stube eben. Also, na, in diesem Raum, da, wo das Feature-Brett lag. Für mich sieht das aus wie eine kleine Stube. Und er hantet schon wieder. Und wo ist er? Das kann nicht, das kann nicht. Jetzt haben wir kein Kreuz mehr. Ja, und du hast jetzt, äh, die Kamera da weggenommen von dem... Ding. Er steht ja auch hier am Fenster. Kann ich mal zum Fenster hingehen. Echt? Ja, hier in der Stube. Ja, ich sag doch, der ist da. Jetzt können wir gar nicht sehen, ob das, äh, das Netz ist. Nee, weil man hier nicht hin kann, ans Fenster. Der kann's doch so nicht sehen, weil die Kamera da ja jetzt weg ist. Hallo? Hast du die Kamera gleich mitgenommen? Ja. Genau zum Fenster. Hätte ich das jetzt gemacht. Ja, ja, ich beeile mich, ich beeile mich. Okay, okay, okay. Hä, wieso hast du die Kamera jetzt nicht dahin gelegt, wo sie vorher war? Weil er immer am Fenster kommt. Ja, richtig, so siehst du ihn doch besser. Und hier ist doch das, äh, die Tür vor dem Gitter. Dahinter siehst du ja nix. Doch. Hast du eben alles gut gesehen, wo er, wo das alles so vorher da war? Nein, du siehst ja, du hättest sonst rechts von der Tür nicht sehen können. Ob er da ist vielleicht. Hä? Das ist einfach nur, ist nur ein Versuch. Ja, vorher war besser. Du kannst es gerne umlegen. Hm. Was können wir denn definitiv rausnehmen? Also Obst und Dunst. Das hätten wir sonst in irgendeiner Kamera doch sicher gesehen. Ja, Obst auf jeden Fall nicht. Und Gefriertemperaturen würde ich auch rausnehmen. Denn wäre ja dein Thermometer da abgegangen. Dann hätten wir mal hier reinmachen müssen. Geisternotiz auch. Die kann auch weg. Ich soll schon immer nix sehen. Aber die Geisternotiz, das Buch lag ja ewig drin. Was soll denn das sonst sein? Wir haben, äh, warte mal, was haben wir bis jetzt gehabt? Hängerabdrücke und Diktiergerät. Okay, wir müssen darauf achten. Infrarotbewegungsmelder oder Geisterorbs. Drei Kameras haben wir. Also Obst sind definitiv nicht zu sehen, glaube ich. Er schreibt ins Buch. Äh, nee, das warst du, ne? Äh, ja. Wir haben Geisterorbs und es ist der Revenant. Hä, wo sind denn die Orbs? Keine Ahnung, aber das Buch sagt, es ist der Revenant. Moment. Ich habe auch keine Orbs gesehen bis jetzt. Lass mal nicht auf den Raum hier kurz fokussieren. Einmal du kurz durch. Ja, mach ich. Bist du doof? Ich mache die ganze Zeit Kameras weiter. Ja, ist doch in Ordnung. Ja, was heißt hier fokuss? Ich fokussiere mich hier auf gar nichts. Deswegen sage ich ja, ich habe keine Orbs gesehen. Und warum drängelst du dich denn jetzt hier eigentlich zwischen? Ich wollte mal auf die Kameras gucken. Ja, da sieht man nichts an Orbs. Habe ich eben die ganze Zeit gemacht. Da ist dunkel. Da sieht man auch nichts durchlaufen, ne? Ich habe die ganze Zeit nach Orbs geguckt. Ja, aber laut dem Buch müssen es die Orbs sein. Ja, aber wo sind die denn? Die sind ja jetzt, also zwei Kameras haben wir ja auf jeden Fall im Raum, wo er immer ist. Außer einer Garage. Aber er ist ja hier durchgelaufen. Hier ist kein Orb. Und da, wo er drin ist, in dieser Stube, da ist ja auch kein Orb. Hm. Oder bin ich jetzt blind? Hier ist kein Orb. Und die sind ja gut zu sehen, sagst du, ne? Ja, genau. Und hier ist auch nichts. Und hier ist er ja voll oft drin, ne? Wahrscheinlich hier an der anderen Seite. Vielleicht da, wo die Kamera gerade ist. Kannst du noch zwei Kerzen mitnehmen? Aber ich muss vorher noch mal gucken. Äh, das hat wohl ein Zeichen des Zes. Ich kann jetzt hier echt keine Orb sehen, ey. Okay, dann gehen wir einmal schnell rein. Machen wir das Ritual. Nimmst du noch einmal Pillen? Dann hast du auf jeden Fall volle Sanity. Du hast sowieso mehr Geld als ich. Genau. Und dann machen wir oben das Ritual. Äh, oben? Oben. Trotzdem sehe ich hier keine Orbs. Ich auch nicht. Aber wenn das Buch das sagt, dann glaube ich dem Buch. Ich nicht. Wird sterben. Ich hoffe, dass der nicht hört, wie wir ruhig gehen jetzt durch die Alarmanlage. Okay. Ich bin in dem ersten Zimmer oben. Ist hier die beiden Kerzen nur noch. Okay. Der Name des Geistes. Äh, noch einmal untersuchen. Joshua Jones. Okay. Ich hab kein Kreuz, ey. Bist du bereit? Nee, ich hab kein Kreuz. Ich fühl mich ängstlich. Ängstlich. Ja, los. Joshua Jones. Kerze ausgepustet. Gott befehle ich dich. Total. Oh, schließen, 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 schließen. Fürchte die Kirche Gottes. Wir beten zu Gott. Wir werden nicht zulassen, dass du dunkle Schlange. Äh, nebenan. Schließen, 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 schließen. Schließen, schließen, schließen. Ist schon fertig? Ja. Oh, ey. Die Menschheit täuscht. Joshua Jones. Oh. Noch ein Portal. Diesmal unten. Weck mich, ey, Alter. Oh, in der Garage voll weit weg. Schließen, 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 schließen. Schließen, schließen. War auch nur eins, ne? Ja. Hä, wieso konnte ich bei dir gerade F drücken? Äh, das ging ums Portal. Wenn's zu groß wird, kannst du F drücken. Und was bringt mir das? Im Namen Gottes, geh raus. Oh, oh. Im Namen Gottes, geh raus. Oh, oh. Ghost Excited. Puh, Glück gehabt. Äh, wenn du, wenn das Portal zu groß ist, musst du irgendwie F drücken, um... Um das Portal noch schließen zu können. Das Haus vibriert, Junge. Der war auch irgendwie heftiger jetzt als sonst, ne? Fandste? Ne, ich mein vom, vom, äh, beim Ghost Exile, oder? Beim Exorzismus? Aber ich, tut mir leid, ich hab keine Orbs gesehen. Ich auch nicht. Aber wir haben nicht mal Zeichen, ein Siegel des Aktiv... Dings. Oh. Ähm, also ohne Kruzifix würde ich ungern im Lieblingsraum des Geistes das Zeichen der Aktivität sprühen. Warum? Sind doch eh mal draußen. Ja, aber ich muss erst mal denn rauskommen. Aber ein Orb, hier seh ich Orbs. In dem Raum, aber... Na gut, das kommt jetzt, das ist ja jetzt die Grieche vom Verbrechen. Aber, hä? Seht ihr, da habt ihr nix gesehen. Ich auch nicht. Aber war ja anscheinend der richtige Joist. Joa. Der hat gerockt, Alter. Rocket. Ja, dann holen wir uns mal unsere Moneten ab. Die Belohnung. Zaster, Knete, Kohle. Mein Rücken. 502 Dollar. Wir hätten mal mehr Fotos machen sollen. Irgendwie hatten wir letztes Mal mehr Geld. Alles klärchen. Belohnung einschnacken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst gern ein Like da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, haut rein. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.